ja heute in diesem video geht es um warface genau dieses spiel ja dann werden wir weiter spielen ok deckung ich denke er hat eine bessere waffe als ich deswegen naja der scharfschütze die sind heck aus so hab ich dich jetzt wäre es hier jetzt der hacker nicht jetzt mein junger freund jetzt mal kurz hier durch weg hier perfekt naja vier kills das hätte ich mal was gutes ich hätte lieber granaten werfen soll ok hab ich dich jetzt läuft hier wirklich so das werde ich hier das werde ich merken ich werde jetzt wirklich granaten junge nee nicht sniper junge sniper junge sniper junge sind immer schlecht sind keine wirklich gute gegner werden nur erschossen von snipers was hier ach du später so nicht nur die ganze zeit nur maus halten kopfschuss so mal kurz hier schauen mal kurz hier schauen alter wie die geschüsse heute nicht ich bin von überall geschossen überall geschossen ja die spiel was noch über die spiel die review ist echt die spiel ist echt gut wenn ich nicht was irgendein junge tut ich bin einfach nur ein junge also irgendwas kurz abbauen das ist perfekt ja das ist keine gute idee aber er geht schon durch 100 pro wow während ich gerade versucht zu klingeln dann werde ich direkt beschossen das war bestimmt der ein anderer jetzt nicht mehr so wie viele punkte ja geht nein du gehst hier nirgendwo du auch und die zeit ist abgelaufen wir haben gewonnen wie viel tja ich bin der dritte natürlich ok bis bald so noch über was ihr noch über wissen solltet über mein kanal also ich benutze kein autos und keine intros weil ich bin ich so einer der deppen der sowas so sagt hey was geht ab meine lieben freunde mein name ist dies und das wenn ihr mein video seht dann abonniert mich und like etc ich hoffe ihr versteht mich also ja das war's tschüss mit